Hallo, hallo, hallo! Hier ist ein neuer Sportblog. Heute wieder aus meinem Sportkeller. Ich mache heute wieder ordentlich Ciao Sport. Ihr könnt zugucken. Ihr könnt nach dem Intro da mal reinschalten. Mal sehen, was für Übungen ich so mache und die nachmachen. Bis dann. Cheerio. Ach ne, mache ich dann am Schluss. Cheerio mit Sophie. Also, erstmal Intro. Bis dann. 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 das war Seilhüpfen nennt man das manchmal ist man wie doof Seilhüpfen letzte Übung für meinen Sportblog für heute und ich sag Cheerio mit Sophie ihr könnt jetzt runter vom Sport vom Sofa boah bin ich bescheuert runter vom Sofa und Sport machen los tut's, ihr könnt's auch also wir sehen uns bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal